Jo Kinder, herzlich willkommen auf meinem Kanal APL DENTO und wir sind jetzt zur sechsten Folge Five Nights and Trades. Wir sind immer noch bei Nacht 3.2, also jetzt der zweite Versuch, beziehungsweise der dritte Versuch von Nacht 3. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, ich hoffe natürlich und dass mich dann nicht wieder bei mir im letzten Versuch richtig fett erschreckt und ich gehe auf Continue. Third Night. So, jetzt lädt es wieder kurz, haben wir Nice. Und jetzt ist die Webcam wieder hier vorne positioniert und ja. Haben wir gerne einen Ladebildschirm, wie immer. Das ist immer krass, wenn man aufnimmt, wie es dann lädt. Come on. So, und da sind wir auch schon am Spielen nach dem kurzen Ladebildschirm. Und ja, jetzt klingelt er wieder, aber nice. Klingeling. Ich guck's mal nach, ja, da ist erst schreckt, die Ente. Ah, das ist Foxy, das ist, das ist Foxy. Der kommt dann, hier komm ich, die sind Gang lang gesprintet. Okay, die Ente ist dort. Ja, was gibt's anzusagen, wie gesagt, Kuhn PvP wird bald starten, wenn sich alle Teams bitte dann im Teams-Week melden, kryptamc.de. Okay, die IP ist natürlich in der Videobeschreibung. Geh weg. Ich hab Angst vor dem, guckt euch den mal an. So, wie gesagt, das Projekt startet bald, das Plugin ist fertig, danke nochmal an Lukas für das Plugin, der hat das geschrieben. Und ja, dann Teams gibt's auch schon. Wir sind Team Chocuizel. Boah, hier passiert noch nicht viel. Und ja, wie gesagt, ich bin halt dabei, also ich hab jetzt erst so, äh, Woche Schule. Ähm, ich muss mal gucken, wann ich's schaffe zu streamen. Weil ich möchte eigentlich so eine Art Filmplan erstellen, dass ich sage, gut, sagen wir mal, Dienstag wird gestreamt, ne Stunde, dann, sagen wir mal, Mittwoch zwei Stunden und so. Die Ente ist weg. Foxy ist immer noch dort. Foxy ist eigentlich so der einzige Charakter, den ich kenne, den man auch erkennt, die Ente ist hier. All die Ente und den Bär erkennt man, was das blaue Viech ist, keine Ahnung. Er kommt, wir schaffen das heute. Ich hab Angst vor dem Fuchs, dass er hier lang gerendet kommt. Okay, die Ente ist schon hier unten, die wird gleich reingucken. Ich schau mal, dann mein Sound ein bisschen leiser, weil, wenn ich mich erschrecke, dann will ich... Gut, ich häng jetzt einfach noch in der Nacht hinten dran, weil, oh Leute, ohne Witz. Oder? Ach nee, ich lad das jetzt erstmal hoch, dann kommt irgendwann morgen die nächste Folge. Mann, was für Asis. Ja gut, dann, ich hoffe, es hat die Folge gefallen, die war jetzt sehr kurz. Ähm, ja, wie gesagt, Streamingplan kommt bald, Kuhn wird bald starten. Und dann sehen wir uns zur Nacht 3.3. Bis zum nächsten Mal, ciao.